Du kannst ja schon anfangen. Soll ich auch meinen Namen sagen? Ich bin die Sandra Köhler aus Breuberg und habe jetzt das fünfte Modul gemacht. Ich bin überglücklich mit Emma, das macht sehr viel Spaß. Ich kann es in meiner Praxis super einsetzen und hoffe, dass ich noch mehr dazu lerne. Danke.